Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zu einer ganz normalen Besprechung eines ganz normalen Kinofilms. Und ich bin der ganz normales Du und ich rede heute mit ganz normalen Leuten über den Film, der da heißt Was ist schon normal? Und diese ganz normalen Leute sind zum einen die ganz normale Schlogger. Hallo Schlogger. Oh Gott, wie oft sagen wir ganz normal in diesem Podcast? Ich bin gespannt. Und der ganz normale Timo. Hallo Timo. Wichser, Wichser. Das war's mit der Monetarisierung für diesen Podcast. AfD fickt euch. So, dankeschön. Bravo. Danke, danke, danke. Was ist schon normal? Start am 5. September in den deutschen Kinos, seine französische Produktion. Wir haben ihn natürlich schon gesehen, weil sonst wäre es ziemlich dämlich, über diesen Film zu reden. Aber bevor wir über den Film reden, mal so eine obligatorische Frage, einfach so um den Stein in das Rollen zu bringen. Lieber Timo, was ist für dich normal? Endlich normale Leute, mit denen ich podcasten kann, weiß ich nicht. Also der Definition nach, ja, das alles, was der Norm entspricht, aber was entspricht heutzutage schon der Norm? Und was ist abnormal? Ist Thüringen abnormal? Ist Sachsen abnormal? Ui, ja, lass uns da genauer einsteigen, bitte. Also ich habe ja Verwandtschaft in Thüringen und ich kann so viel sagen, die ist not amuse, was da gerade passiert. Und ich wiederhole es gerne, fick AfD. So, Stocker, um mal dieses blödische Thema ein bisschen ad acta zu legen, wir werden garantiert nochmal darauf zurückkommen. Was ist für dich normal? Normal ist heute viel diverser als früher. Ist das eine schöne Aussage? Können wir die so stehen lassen? Boah, die war aber geübt, ne? Das war tiefsinnig. Jetzt weiß ich auch, warum Stocker vom Podcast nochmal zwei Minuten für sich brauchte. Das war deep. Das war richtig deep. Manchmal bereitet man sich auch vor, aber nur so zwei Minuten. Mehr wollen wir hier ja nicht investieren. Okay, okay. Aber die Frage ist ja super schwierig, auch wenn, wie oft sehe ich jetzt bei Twitter, beziehungsweise X, dieses, wir sind in einer Simulation oder Mike Judge war ein Visionär. Weil du, wir haben vermutlich im November wieder Donald Trump als Präsidenten im Weißen Haus. Wir haben jemals DDR-Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich zu einer faschistoiden Partei hingezogen fühlen. Wir haben, eigentlich ist es interessanter, warum das Taylor Swift-Konzert abgesagt wurde, als andere Themen. Wir sind irgendwie, also ich glaube, bescheuert ist das neue Normal. Ich glaube, crazy ist das neue Normal. Ich weiß es nicht. Ja, es ist alles weird. Oasis kommt zurück, Nazis regieren Thüringen. Es ist alles total weird. Ja genau, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Wir schaffen es nicht mehr, etwas Kreatives, Neues zu erschaffen und gehen einfach zurück, back to the roots, wie schlecht diese Roots auch manchmal sein mögen. Wow, das ist für Schlogger für mich das Pessimistischste, was ich je von ihr gehört habe. Ja, warte mal. Wir haben es geschafft, wir haben Schlogger schon gut gemacht. Aber um jetzt den Bogen nicht zu weit zu spannen, aber irgendwie ist ja das anscheinend Normale, wenn es die Welt komplex und kompliziert hat, dann brauchen wir einfache Lösungen und es brauchen Schuldigen. Und da gibt es halt die gleichen Trottel wie vor 85 Jahren, die sagen, dass da jemand aus dem Fremdartigen, sag ich jetzt mal so kryptisch, daran schuld ist. Und jetzt ist auch genug der Politik, denn wir wollen ja über einen gar nicht so verkehrten Film reden, um mal meine eigene Meinung dazu schon so ein bisschen zu spoilern. Es ist ein französischer Film und wie ich schon sagte, er heißt Was ist schon normal? Und liebe Schlogger, kannst du unseren werten Zuhörern mal kurz sagen, worum geht es in dem Film? Na klar, also das ist ein Film über, es ist eine Komödie über Behinderte, wenn ich das jetzt so einfach hier rausposaune. Und zwar geht es um eine Gruppe von Betreuern und ihrer geistig behinderten Gruppe, das ist doch glaube ich der korrekte Ausdruck, die von zwei Bankräubern ausgenutzt werden. Denen ist nämlich ihr Fahrzeug abgeschleppt worden und so müssen die zwei Bankräuber, die Vater und Sohn sind, aufgrund einer kleinen Verwechslung in dieser Gruppe, die dann eben zum Sommerurlaub fährt, sich Unterschlupf finden, heißt das Wort. Und einer von beiden spielt den Betreuern, der Vater und der andere spielt dann eben einen geistig Behinderten. Und daraus sollen sich hier ein paar Zoten ergeben, vielleicht aber auch die ein oder andere menschliche Seite. Man weiß es nicht, da werden wir drüber sprechen. Okay, vielen Dank. Es ist, wenn ich mich richtig informiert habe, das Regiedebüt eines französischen Comikers, Comikers ist ein sehr komisches Wort, fällt mir gerade auf, der da heißt Artus. Von dem habe ich vorher noch nie was gehört. Geht es euch da anders? Nee, aber noch nie was von gehört. Nee, genau. Auch nur die IMDb durchgescrollt, als ich den Namen sah und dachte, okay, ist das so ein Enfant Terrible. Und dann erahnt man ja bei so einem Künstlernamen sehr gerne mal, dass das ein Stand-up-Comedian oder Comedian aus einem Land ist, das man nicht so kennt. Also ich kenne mich halt in der französischen Stand-up-Szene mit Verlaub nicht so ganz so gut aus. Ja, und der spielt ja auch direkt den Sohn, der eben sich einzublenden versucht, einzublenden ist eine englische, denglische, das wollen wir gleich hier vergessen, dass ich das gesagt habe, der so tut, als wäre er ein Behinderter. Und ich wusste vorher nicht, dass er Stand-up-Comedian ist und das wirft da vielleicht nochmal ein ganz interessantes Licht drauf. Was ich dem Film auf jeden Fall schon mal zugute halten muss, und da möchte ich auch gleich mit was Positivem anfangen, dafür, dass es anscheinend sein erster Spielfilm war, den er als Regisseur begleitet hat, sieht der Film wirklich gut aus. Er ist jetzt technisch nicht umwerfend geraten, aber gerade für so eine Komödie, ich nehme jetzt auch mal schon das Begriff, Feel-Good-Movie in den Mund, finde ich, hat er da durchaus ein paar sehr hübsche Szenen. Es gibt zum Beispiel eine sehr ansprechende Kamerafahrt durch so einen Reisebus und der sieht schon cinefiler aus, als viele andere ähnlich gelagerte Filme. Timo, wie siehst du das? Das habe ich auch in meiner Letterboxd-Kritik angemerkt. Ich fand den handwerklich schon echt schön gemacht. Also da ist so ein bisschen Finesse dabei, das schleicht sich ab und zu mal ein. Da gibt es ja auch so eine zweite Szene, wo so eine Bettenlandschaft aus der Vogelperspektive umkreist wird. Also da sind so ein, zwei Sachen drin, die ich für eine französische Komödie überraschend gut fand. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben uns ja heute zusammengefunden, weil wir vor ein paar Monaten, glaube ich, diesen fantastischen französischen Film Ohlala, wer ahnt denn sowas? Hieß der so? Wer macht denn sowas? Wer dreht denn so einen Scheiß, könnte man auch fragen. Haben wir ja zusammen bewertet und das ist natürlich wir als Organisation so ein Ordnungskomitee Humor des Tele-Stammtisches für französischen Ulk, Comedy und Karlauer, also kurz abgekürzt Oh Fuck, haben wir uns natürlich heute zusammengefunden, um über was ist normal, was ist schon normal zu sprechen. Und ich fand das nicht normal, dass der handwerklich schon mal für so ein Regie-Debü so vernünftig geraten ist. Das kenne ich aus deutschen Landen anders. Ich spreche mit dir, Till Schweiger. Ja, ich habe auch den Vergleich zu Till Schweiger tatsächlich in den eher negativen Kritiken dann auch gelesen. Und zu Ohlala, da sehen wir ja auch schon Gemeinsamkeiten zwischen Ohlala und Was ist schon normal, ob das jetzt negative oder gute sind. Und auf jeden Fall hat Ohlala damals wirklich sehr, sehr, sehr viele Zuschauer in die französischen Kinos gelockt. War ja einer der erfolgreichsten Filme damals. Und auch hier, Was ist schon normal, hat schon zehn Millionen Zuschauer oder so in Frankreich bekommen. Also auch schon wahnsinnig viele Zuschauer in die Kinos gelockt. Er hat ja auch wirklich so ein sommerliches Flair, so ein Ambiente einfach. Das ist schon wirklich eine gelungene Sommerkomödie. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen schade, dass der hier erst im Spätsommer oder im Frühherbst dann erscheint, am 5. September, wie gesagt. Ja, ich versuche gerade irgendwie dieses Thema anzuschneiden, über das wir wirklich reden müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mir um unsicher. Ist der Begriff Mensch mit Behinderung, ist der politisch korrekt? Oder ist es besser, wenn man sagt Menschen mit Handicap? Oder ist der Terminus da auch falsch? Ich versuche mich da gerade irgendwie, so gut es geht, durchzumanövrieren. Wisst ihr genauer, wie man es am besten ausdrückt? Ich habe es ja gerade schon einfach ganz falsch gesagt, wenn es denn falsch ist. Das weiß ich nicht. Also mein Sachstand war, dass vor 5, 6 Jahren hörte ich mal, dieses Menschen mit Handicap sei offiziell jetzt tutti und toll. Ich muss sagen, ich sage nach wie vor Menschen mit Behinderung, weil irgendwie die Behinderten das ja auch nicht als Handicap sehen, sondern als Einschränkung. Ich meine, Menschen mit Behinderung sind es, du und ich auf jeden Fall, ach ja, Herr Schlogger ja auch, wir sind ja alle drei Brillenträger. Also wir haben auch eine Sehbehinderung. Und deswegen finde ich den Terminus nach wie vor richtig. Aber ich weiß, dass ich politische Korrektheit, also ich sage nur schwarzer, farbiger Menschen mit und so weiter, anderer Hautfarbe, es ändert sich ja quasi täglich, was woke, was richtig, was korrekt ist. Ich komme da leider nicht mehr mit und deswegen, wir können ja für uns beschließen, dass wir von Behinderung sprechen und es nicht böse, also nicht böse, negativ oder sonst wie meinen. Oder? Ja, genau. Ich habe auch gerade recherchiert, also Behinderung und Menschen mit Behinderung sei okay. Und zu der Thematik mit der Hautfarbe habe ich recherchiert, dass schwarz okay ist. Weil farbige ist negativ belegt tatsächlich und schwarz ist okay. Vor allem schwarz muss man mit Großbuchstaben schreiben. Also es geht nicht um die Hautfarbe, sondern das ist dann, man muss mit Großbuchstaben sprechen und dann ist das okay. Und hier, dann lass uns, wie du gesagt hast, einfach bei Menschen mit Behinderung vielleicht bleiben und auch hier nochmal ganz deutlich sagen, wenn ihr es da besser Bescheid wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare, was da die korrektere oder akzeptiertere vor allem aus den Kreisen Formulierung wäre. Ich bin gerade echt froh, dass in dem Film kein schwarzer Benander vorkommt. Aber, das muss ich ehrlich sagen, es gibt in diesem Betreuerteam eine Person, die hat mich optisch ein bisschen an dich erinnert, Timo. Welche von den beiden Frauen meinst du denn? Die mit dem roten, volligen Bart. Okay. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass ich wunderschön bin, aber ich sehe ja alles andere als französisch aus, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht über Videocall, aber nicht in echt, oder Schlogger? Ja, stimmt. Ich kenne dich aus dem Kino und ich kann dich gar nicht lange angucken, weil ich von der Schönheit so geblendet werde, dass ich den Film danach nicht mehr angucken könnte, wenn wir zusammen ins Kino gehen. Da kommst du jetzt auch nicht raus aus der Nummer. Wir wissen beide, dass du bei Horror immer wegguckst und bei Ekel und deswegen ist das der Grund, warum du nicht so lange hinguckst. Ja, ich gucke ja dann zu dir, um mich von dir abzulenken und dass meine Augen von dem Ekel wieder was Schönes kriegen. Oh nein. Okay, wer sich jetzt fragt, wann reden Sie mal wieder über den Film? Wir machen es jetzt. Und zwar, was mir auch noch an dem Film wirklich gefallen hat, der braucht nicht lange. Der braucht fünf Minuten, dann hat er sein Setting quasi erklärt, da hat er alle Figuren quasi positioniert und dann geht es auch schon los. Das ist ein sehr flotter Film und flott, aber niemals gehetzt. Das muss ich sagen, hat mir auch ganz gut gefallen. Hat dir das auch gefallen, Schlogger, oder siehst du das anders? Nee, das stimmt, da hast du schon recht. Der geht direkt los. Der ist auch hier 90 Minuten knapp lang. Er ist, wie wir schon gesagt haben, er ist nicht nur vom Tempo her leicht, er ist vom Inhalt her leicht. Das ist eine Sommerkomödie, die Farben sind sehr, sehr bunt. Und da fand ich den Film, der ist schon sehr zugänglich. Timo hat ja schon angedeutet, dass er ihn gar nicht so schlecht fand. Ich finde das hier gar nicht so leicht zu sagen, weil ich kenne mich nicht so aus, wie dieser Film für Behinderte oder Menschen mit Behinderung wäre. Aber Stude, hast du doch mehr Erfahrung, oder? Ich habe tatsächlich einige Jahre im Behindertenbereich gearbeitet. Ich habe auch mal so eine Ferienfreizeit als Betreuer mitgemacht. Ich kann so viel sagen, das läuft dann in Realität schon ganz anders ab, wie jetzt in diesem Film. Aber es gab durchaus Sachen, die kamen mir sehr vertraut vor. Aber man muss auch ganz klar festhalten, das sind, wie soll ich das jetzt nicht ausdrücken? Komm, ich habe Eva Dorn. Das sind halt Filmbehinderte. Mir fällt jetzt kein passendes Wort dafür ein. Die Leute haben ja wirklich auch eine Behinderung, die da mitspielt. Das finde ich schon mal sehr gut. Aber was dieser Film halt mal wieder komplett unterschlägt ist, es bleiben halt Menschen. Und Menschen können halt zum Beispiel auch Arschlöcher sein. Die werden hier aber allesamt eher als tapsig, ein bisschen liebenswert. Natürlich gibt es da auch Leute, die so, zum Beispiel wird ja relativ schnell der, ich weiß gerade den Namen nicht vom Regisseur, Arctus, Sylvain heißt der, von ein paar dieser Behinderten ja auch wirklich dann als Simulant quasi enttarnt. Ja, aber es sind halt einfach, die Behinderungen werden halt so dargestellt, dass man, wenn man sie anschaut als Nichtbehinderter, nicht unbedingt Mitleid empfindet, aber es fühlt sich alles, ich sag mal, nicht so schlimm an. Es fühlt sich alles gut an. Man hat ein gutes Gefühl. Und das ist ja auf der einen Seite auch ganz gut und wichtig. Aber ich habe halt, das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an dem Film, ich habe halt nie wirklich das Gefühl, dass ich es hier mit Menschen zu tun habe. Das sind alles dann doch eher so Abziehfiguren. Das ist mein Problem. Ja, ich musste an den Begriff Magical Negro denken, wo wir es jetzt wieder von den Schwarzen haben, dass es so Magical Behinderte sind. Also die sind einfach nur da, die haben keine eigene Persönlichkeit. Also ein paar kriegen so ein bisschen was dazu gesteckt, aber die meisten sind einfach nur da, um irgendwie drollig zu sein und die Story voranzutreiben. Und diesen Punkt Menschlichkeit und natürlich werden die zwei Bankräuber irgendwann dann doch feststellen, ach, die sind ja gar nicht so, wie wir dachten. Was auch immer das dann ist, das wird sich natürlich ändern und diese Story werden sie dann vorantreiben. Ich gehe ja nicht so ganz bei euch mit, weil ich eingedenken der Tatsache, dass wir es hier mit einem Film unter 90 Minuten zu tun haben, auch gar nicht viel mehr erwartet hätte, was jetzt Charaktervertiefungen, Charaktermomente anbelangt. Ich gebe euch beiden recht, dass das nicht so einen Kern von drei, vier Figuren gibt, an denen man sich so festhangelt und entlanghangeln kann. Das hatte der, ich glaube, du hattest den auch gesehen bei Schlager, weißt du nicht, dieser Champions mit Woody Harrison, wo es um diesen Basketballcoach geht, der für so eine Sozialstrafe dann auch Menschen mit Behinderung als Basketballteam formen muss. Nee, habe ich nicht gesehen. Und er geht ja, glaube ich, fast über, also sogar über zwei Stunden, hat dann aber auch eine behinderte Figur, die deutlich im Zentrum steht und die sich das Ganze so ein bisschen herum organisiert. Und das fehlt schon, bei was ist schon normal, das gebe ich euch. Allerdings hatte ich damit überhaupt kein Problem, weil es diese reine Fehlgutbehinderung für mich gar nicht so, das habe ich gar nicht so gesehen. Denn da ist zum Beispiel der, ich vermute mal Autist, der über Sarkozy redet und über hier politische Reden schwingt und total intellektuell und klug klingt, der aber auch irgendwie gar nicht so richtig Anschluss in der Gruppe zu haben scheint. Dann ist diese weitere Figur da, das ist der Junge, der wirklich auch den, ich weiß nicht, ob er ein Glasauge hat oder ein weglaufendes Auge, der aber auch so eine Kopfnabe hat, wo man schon irgendwie so das Gefühl hatte, der ist gar nicht von Geburt an behindert, sondern der hat anscheinend irgendwie Schläge auf dem Kopf vielleicht bekommen. Und dadurch ist er behindert, behindert geworden, müsste man eher sagen. Und der hat zum Beispiel schon so ein, zwei Momente, wenn der über seine Mutter redet oder auch die, ich glaube Down-Syndrom, jetzt kommen wir wieder mit so Termini. Ich glaube der Franzose, sie sagen ja irgendwie dieses Trigusum und dann kann die die Nummern nicht, also bei uns heißt das ja eher das Down-Syndrom, aber ich weiß gar nicht, ob man das so noch sagt. Die erzählt ja auch von ihrer Mutter und ist dann sehr bewegt. Und das waren schon so kleine kurze Momente, die mich auf jeden Fall so sehr emotional gepackt haben, dass ich das deutlich besser bewertet habe als ihr. Ja, es ist, was wir ja schon merken, es gibt so eine Diskrepanz. Wie tief musst du da ins Detail gehen oder ist es okay, so ein Thema überhaupt erstmal anzugehen und relativ, jetzt relativ in Anführungszeichen, respektvoll. Du hast hier ja schon, wie es du meinte, du hast ja echte Behinderte, die hier spielen, was ja schon ziemlich cool ist. Und für ein Mainstream-Publikum ist das vielleicht erstmal das Level an Detail, was wir da überhaupt nur anbieten können. Und tiefer wird es dann erstmal nicht und es ist gut als Einstiegsdroge, sag ich mal so. Und wenn es dann um eher einen Genre-Film, oder nee, Genre-Film ist ja was anderes, aber wenn es dann eher um einen Film geht, der die Behinderung und eben, dass die Menschen genauso ganz normal sind und eben auch Arschlöcher sein können und das mehr vertiefen, dass es dann eben eine andere Art von Film wäre, die nicht unbedingt Mainstream sein könnte und dass wir dann so gesehen annehmen, wie tief dieser Film geht oder eben auch nicht geht, weil er ja auch leicht daherkommen will oder kritisieren wir das eben? Das finde ich hier gar nicht so leicht und ich schwanke da auch hin und her die ganze Zeit, weil die Kritik muss er sich natürlich vorwerfen lassen, aber es ist halt nun mal ein leichter Film, der viel Publikum findet und relativ, wie ich meinte, respektvoll damit umgeht. Das war auch mein Eindruck. Ja und ich finde, wenn wir jetzt den Quervergleich einmal mit Ohlala wagen und den werden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle... Der ist andersbehindert. Ja, also der tut halt etwas, also der Versuch zu unterhalten auf der Folie Alltagsrassismus und das hat uns dreien keinen Spaß gemacht, das war nicht witzig. Ich sag jetzt nicht wie bei kein Pardon, das war nicht witzig, das war platt. Das war wirklich unangenehm zu schauen. Und hier hast du dieses, quasi diese Anordnung, diese Versuchsanordnung ist anders. Du hast hier Menschen mit Behinderung, die machen einen Ausflug und bei diesem Ausflug begleiten wir sie durch so eine Art Screwball-Zufall und dann sehen wir, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann gibt es ja auch eher so, sagen wir mal, Situation nach Situation nach Situation und so ein richtiger Plot entspinnt sich daher gar nicht mehr. Ich finde aber das, was du auch zum Eingang sagte, durchaus gut, dass auch dieses Foreshadowing, würde man jetzt im Filmsprech sagen, ich würde es eher sagen, so mit kleinen Andeutungen zu arbeiten, was zum Beispiel bei dem Juwelenraub passiert, das ist schon relativ gut gemacht, weil das auch in Momenten dann als, man würde jetzt wahrscheinlich Twist sagen oder als kleine Wendung, für mich durchaus funktioniert. Das waren ja keine Oh-Fuck-Momente, sondern es waren eher so Momente, wo ich dachte, okay, das hat zumindest den Eindruck, obwohl man manchmal so irgendwie so Sketch-Szenen hat, wo es eher um den Lacher geht, dass es doch am Ende einen runden Erzählbogen gibt. Und das fand ich schon, gerade im Vergleich zu anderen französischen Komödien, die wir so in den letzten Jahren gehabt haben, fand ich das schon sehr, sehr oder schwer in Ordnung. Ja und Ohlala geht nicht respektvoll mit irgendwas um, also mit gar nichts, im Gegenteil, der macht da das komplette Gegenteil davon. Und was man bei hier, was ist schon normal, ja auch als gut ankreiden könnte, ist, wir haben hier mit Sylvain oder Atüs eben, der Rolle, die er spielt, jemanden mit seinem Vater vielleicht auch ein bisschen, aber unsere Hauptfigur ist nun eben der Sylvain von Atüs gespielt, der natürlich seine Vorurteile hat über Menschen mit Behinderten, wie die meisten von uns, die nicht mit Behinderten zu tun haben, wahrscheinlich auch. Und mit ihm wachsen wir im Film so ein bisschen menschlich und öffnen uns dafür und sehen so ein bisschen, ach ja, so ist das ja und meine Vorurteile sind alle total Quatsch. Und das macht der Film mir wahrscheinlich schon ein bisschen und das gefällt mir gut daran. Ja, also als ein reines Unterhaltungsvehikel und so glaube ich, sollte man den Film erstmal sehen, funktioniert der einwandfrei. Der kommt von A nach B und dann nach C und ist vorbei. Der ist kurzweilig, der ist auch gut gespielt und man muss auch mal ganz klar sagen, es ist auch ganz toll, dass hier diese ganzen behinderten Menschen auch wirklich von Behinderten gespielt werden, weil es gab ja vor ein paar Jahren diesen Film, die Goldfische, der auch sehr stark an diesen hier erinnert. Der war auch ganz amüsant, aber da waren ja einige Behindertenrollen halt auch mit Nichtbehinderten besetzt und hier ist es ja wirklich so, dass die ganze Crew von diesen Behinderten auch wirklich Menschen mit Behinderung sind. Das ist schon wirklich viel wert und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen herablassend, aber es ist auch bestimmt nicht einfach gewesen, weil diese Leute halt eben auch andere Anforderungen haben, sage ich mal. Und ich finde das echt ganz toll, dass wir das gemacht haben. Und der Film, glaube ich, der liefert eine sehr wichtige Message. Mein Problem ist aber, und ich bin da auch, glaube ich, einfach vielleicht ein Sonderfall, weil ich ein paar Jahre hätten in dem Bereich gearbeitet habe und das ist so lange her, dass ich auch gar nicht mehr weiß, wie es heutzutage da abgeht. Deswegen, dass ich auch erstellt. Aber von meiner Seite her, ich finde es halt ein bisschen seltsam, wenn jetzt wirklich Leute diesen Film sehen und jetzt wirklich glauben, sie hätten hier irgendwas auch nur annähernd davon gelernt, wie es ist, A, eine Behinderung zu haben oder B, mit Menschen mit Behinderung zu leben oder zusammenzuarbeiten. Das ist eben die Sache, die mich in Anführungszeichen ein wenig stört. Wie gesagt, als reines Unterhaltungsvehikel ist der Film okay. Aber ich sehe es halt so vor mir, dass da Leute aus dem Kino kommen und glauben, sie würden es jetzt verstehen, sie hätten wirklich etwas gelernt und das glaube ich halt tatsächlich eher nicht. Dass sie aus dem Film kommen und denken, ja, jetzt habe ich ja was für die Behinderten getan, ich habe diesen Film angeguckt, ich habe mich geöffnet. Ich habe Leute kennengelernt, die dachten das. Kleine Anekdote, ich kannte jemanden, der hat ziemlich beste Freunde sechsmal im Kino gesehen und meinte, dann die letzten drei Mal hat er es getan für die Behinderten. Also von daher. Okay, das ist ja nochmal quatschiger. Okay. Ja, genau, sowas wäre natürlich doof. Aber für das bornierte Mainstream-Publikum, was einfach mal ins Kino geht und denkt, okay, das ist ja eine Komödie und wir gehen jetzt vom dümmsten Bodensatz der Menschheit aus. Und da können wir gleich wieder ein bisschen auf die AfD bäschen, aber müssen wir auch nicht. Lieber Bernd Höcke. Vielleicht ist es für die, ist da einfach die Berührung noch geringer. Okay, es wird hier total, ich will einfach nur sagen, dass vielleicht für die meisten Menschen wird es keinen großen Unterschied machen, aber wenn es für ein Paar dann doch einen Unterschied macht, dann ist es doch schön, dass so ein Film das erreicht hat. Aber vielleicht ist das auch wieder mal überhaupt kein Anspruch an so einen Film. Muss sich so ein Film aber natürlich manchmal vorwerfen lassen, dass er bei so einer schweren Thematik wie behinderten Menschen, das kommt. Aber vielleicht ist es auch alles Quatsch, was wir hier überreden. Vielleicht reden wir, das hattest du doch auch gesagt, du, oder? Oder hier, ich kenne auch Leute, die mit Behinderten gearbeitet haben und da ging es auch oft um die Thematik, ja, wie soll ich jetzt mit dir umgehen? Und eins von den vielen Dingen, die man doch lernt, ist, dass die selbst ja möchten, dass man bitte leichter damit umgeht und lockerer und dass die selbst die größten wissen. Ja, ja, klar, klar. Es gibt auch ein paar Sachen, die der Film auch, wie ich finde, komplett richtig macht. Also es gibt ja so einen Running Gag, dass diese eine Dame, die das Down-Syndrom hat, Die Marie? Immer wieder, also auf gut Deutsch, auf die Fresse bekommt. Das ist halt amüsant. Und zum Beispiel, welche Filme mache das in meiner Perspektive immer ganz gut gemacht haben? Ich komme auf die Ferrellis zurück, die in Volk & Mary zum Beispiel sich über Behinderten lustig machen, aber auch über alle anderen. Und da sind Behinderte halt genau solche Arschlöcher wie die normalen Menschen. Das ist großartig gewesen. Genau, und hier der Film, der macht sich ja eigentlich nicht über die Behinderten lustig, sondern eigentlich über die, die nicht behindert sind. Genau. Okay, das spricht ja ein bisschen dagegen. Man müsste sich eigentlich über alle lustig machen. Ja, also, aber das ist schon irgendwie viel wert, weil ich glaube, vor ein paar Jahren hätte man sich das in Anführungszeichen nicht getraut, diesen Running Gag zu bringen. Dieser Running Gag, der, wie ich finde, halt jetzt auch relativ schnell auserzählt ist, aber es ist halt trotzdem schön, dass es ihn gibt. Und wie gesagt, als Fantasterei, nenne ich es mal, ist der Film halt auch ganz nett. Weil ich glaube, das ist, glaube ich, jedem klar, der sich ein bisschen drüber informiert oder ein bisschen, naja, drüber nachdenkt, wird verstehen. Das läuft natürlich in der Realität ganz anders ab, wie es in diesem Film ist. Aber ey, das ist, selbst ein Juwelendieb oder ein Juwelendraub würde nun mal anders ablaufen. Wie gesagt, das ist immer noch ein Film. Aber ich bin halt einfach, wie soll ich sagen, geprägt durch meine berufliche Vergangenheit. Dass ich da ein paar Sachen einfach sehe, wo ich denke, ah nee, das funktioniert für mich leider gar nicht. Aber insgesamt, auch wenn ich finde, dass der Film vielleicht auch ein bisschen zu didaktisch ist und am Ende dann noch ein bisschen zu sehr mit dem moralischen Zeigefinger dann vielleicht um die Ecke kommt, ist das ein netter, unterhaltsamer Film. Ich muss auch ganz klar sagen, ich werde über diesen Film auch nicht weiter nachdenken nach dieser Besprechung hier. Der wird auch bei mir privat keine weitere Rolle spielen. Ich werde den vielleicht in sechs, sieben Jahren mal auf irgendeinem Streamingdienst sehen und denken, ach ja, den habe ich mal gesehen. Das war es, aber nicht jeder Film muss Casablanca sein. Ja, ich würde da auch einmal kurz einhaken, weil ich das ganz spannend finde, wie die deutsche Sicht auf so eine Komödie auch durchaus, ich sage mal so, dieses Schimpfwort woke mäßig ist. Denn ich bin in der Recherche gestern auf so eine Letterboxd-Kritik von jemandem gestoßen, der sich daran gestört hat, dass da irgendwie in Kategorien von nichtbehindert und behindert nur gearbeitet wird und dass das nicht inklusiv genug sei. Und das finde ich vom Grundgedanken her viel zu wissenschaftlich und viel zu akademisch und viel zu belehrend, weil du hast das ziemlich zu Anfang deines letzten Statements gesagt, du, das ist ein Unterhaltungsfilm, das ist eine Komödie, die in verschiedenen Momenten ja nicht den Behinderten den Spiegel vorhält und sagt, guck mal, wie doof du bist als Behinderter, sondern immer den ProtagonistInnen, die nicht behindert sind, den Spiegel vorhält und sagt, guck mal, wie dumm du bist, dass du sowas nicht weißt, wie man mit Behinderten umgeht oder dass du denkst, die sind, ja, vielleicht Menschen einer niederen Kategorie und das ist halt hier nicht der Fall. Ich finde das halt sehr löblich, dass der Film, da hat er tatsächlich eine Gemeinsamkeit mit Ohlala, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so im Laufe des Gesprächs nochmal rauskommt, aber auch da habe ich das Gefühl jetzt bei, was ist schon normal, dass es ein Film ist, den man so in Deutschland nicht machen könnte, weil der Franzose oder das französische Kino halt sagt, wir wollen unterhalten und da nehmen wir auch mal ein Thema, was in anderen Gefilden vielleicht ein bisschen, sagen wir mal so, weniger für Lacher geeignet wäre, weil die Menschen das sich nicht mehr trauen. Hatten wir nicht, Entschuldigung, wo ich gerade gar komme, hatten wir nicht, apropos Till Schweiger, wo ist Fred, ist doch auch das gleiche, er spielt doch da einen Behinderten, oder? Der simuliert. Aber gibt er sich nicht nur als Behinderter aus? Der gibt sich nur als Behinderter aus, genau. Und das ist ja so ein bisschen, also quasi der Servant in wo ist Fred, also Fred ist quasi Servant, also der Sohnemann der beiden Bankräuber oder beziehungsweise Juwelendiebe und deswegen macht das der, also ich finde es ja super klasse, dass frühzeitig aufgeklärt wird und zwar durch einen der Behinderten, dass die das halt sofort durchschauen, dass der kein Behinderter ist und das fand ich schon, fand ich schon schlau gelöst, dass das auch peu a peu immer mehr wissen, also kleiner Spoiler, milder Spoiler, aber ich glaube, das habt ihr auch schon gesagt, der Film ist halt 0,0 überraschend, also der hat zwar ein paar Wendungen, aber sie sind jetzt nicht überraschend, sondern sie werden entweder sorgfältig vorbereitet oder sie sind einfach 0,0 überraschend. Ja, oder sie sind so überraschend schlecht, dass ich dachte, oh nee, das macht ihr jetzt wirklich, also da passieren, es gibt ja eine Romanze, da habe ich wirklich gedacht, nee, das führt jetzt noch zu irgendeinem Ende, das war so, das könnt ihr doch nicht machen, das ist auch unglaubwürdig ohne Ende, aber glaubwürdig will der Film ja auch nicht sein. Und da hat man, finde ich, auch gemerkt, dass der, dass Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller zusammen, das haben wir auch schon diverse Male in unserem Podcast gesagt, das ist nie eine gute Idee, Familie zu inszenieren oder sich selber zu inszenieren, auch hier merkt man das, weil das ist mein größter Kritikpunkt an diesem Film, diese Romanze wird erstens nicht aufgebaut, zumindest wird sie, wenn dann, nur auf einer Seite aufgebaut und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und das Ende, wie das dann endet mit diesen beiden Charakteren, ist halt für mich komplett wahnsinnig, also das kannst du so nicht machen. Ja, nichts, wie du sagst, nichts daran, auch eine Figur ist ja, okay, über das Spoiler, also es passiert in irgendeinem, von irgendeiner Figur passiert eine Trennung und die ist so albern, das ist so, okay, wir müssen das ganz schnell abhaken, das ist einfach wirklich schlecht geschrieben gewesen. Ja, muss ich auch sagen, aber wir als Oh Fuck, also ich sag jetzt nicht nochmal, was die Abkürzung bedeutet, ich will es nicht, dass du die Moderationen übernehmen oder klauen, aber ich hab so ein Thema oder eine Kategorie, die ich hier anlegen möchte, nämlich wirklich den Humor. Ich hab schon nach fünf Minuten, und da wäre noch eine Frage an das Duo, die bette ich damit ein, nach fünf Minuten schon über die drei Dinge gelacht und wirklich gesagt, pass mal auf, ich mach mal Pause und ich guck den heute Abend mit meiner Frau weiter. Hast du den im Original gesehen oder mit, wie ist du, Schlogger und ich auf synchronisierter Fassung? Ich hab ihn leider nur auch in der Synchro gesehen. Dann muss ich sagen, erstens, die Synchro ist hier herrlich, klassisch, schallermäßig, also Grüße an Beekeeper-Freunde und Freundinnen, also schön gaga und deswegen mein Punkt, ich fand den wirklich extrem lustig und das war für mich sehr überraschend. Wie ging's euch damit? Ich bin ja Cineast und lache deswegen nicht bei Filmen, das geziemt sich einfach nicht. Nee, also ich fand, ich habe tatsächlich jetzt nie wirklich laut lachen müssen, ich hab oft geschmunzelt, ich hatte, ich überlege gerade, ist jetzt auch ein bisschen schwach jetzt hier irgendwie zu zählen, wie oft man geschmunzelt hat, aber Machst du da keine Strichliste als Cineast? Wie hoch gehen die Wundwinkel? Ich hab da schon eine extra Letterbox-Liste. Filme, bei denen ich schmunzeln musste. Ja, also ich fand den nicht brüllend komisch, aber ich fand den halt durchgängig amüsant. So würde ich's, glaube ich, beschreiben, ja. Ich musste auch mal lachen, aber es war so Szene, wo ich dachte, darf ich sagen, an welchen Stellen ich gelacht hab? Also wo so einer im Rollstuhl, den sie dauernd vergessen, das ist der Running Gag, dann immer so ruft, ihr habt mich vergessen, ihr Idioten, oder so. Und das sagt ja irgendwie so witzig, dass ich lachen musste und jetzt weiß ich nicht, ob man darüber lachen darf. Ich finde, der Film erlaubt einem jeden Lacher, das ist ja das Schöne. Und ich hatte auch da wieder, lustigerweise wie du bei einem anderen Punkt, auch wieder diese Farrelly-Gefühle, dieses Farrelly-Feeling. Ja. Dass man einfach so, also die Poeten sind alle brachial, aber sie funktionieren bei mir extrem gut. Wir haben hier eine Figur, die auf der verbalen Ebene sehr amüsant ist und da hab ich wirklich jedes Mal, also wirklich bei jedem dieser Vorkommnisse, habe ich sehr herzlich gelacht. Es hat also Humor als Geschmackssache, Grüße an diejenigen, die The Flash nicht mochten, aber für mich hat das extrem gut gezündet und das hat mich sehr überrascht und hat mich am Ende dann auch damit bestätigt, dass ich trotz meiner Vorurteile gegenüber schlechten Filmen, aka französischen Komödien, dass ich sehr froh war, diesen Film gesehen zu haben. Denn ich glaube, wenn der am, ich weiß gar nicht, startet er am 5. glaube ich, am 5. September, wenn der da ins Kino kommt, ich hätte mit Sicherheit gedacht, ach nee, eine französische Komödie, bitte nicht. Und so war er irgendwie durch irgendwas auf dem Radar und ich fand, ich hab's nicht bereut. Nur echt mit dem roten Sticker auf dem Poster, wo drauf steht die neue Erfolgskomödie aus Frankreich, ganz wichtig. Ja. Oh fuck zertifiziert, könnte man auch sagen. Ja, also du hattest eine sehr niedrige Erwartungshaltung. Ich dachte irgendwie, es ist eine deutsche Komödie. Ein Spruch kurz. Ich hatte tatsächlich, weil ich irgendwo, ich glaube es war Kollege Michael Rieck von Riecks Filmkritiken, der irgendwie quasi in einem Instagram-Frage-Antwort-Ding, glaube ich, diesen Film empfahl, empfahl, empfohlen hat, wie auch immer. Fügen Sie den richtigen Konjunktiv bitte selbst ein. Und dann dachte ich, okay, wenn Michael den mag, dann möchte ich den glaube ich sehen. Und als dann natürlich der Verteiler hausintern funktionierte, dachte ich, ich hab schon, wie gesagt, diese Ressentiments, ich mag französische Komödie in der Regel halt wirklich nicht gern, weil sie nicht lustig sind für mich. Auch nicht die Besucher und auch nicht die Sties, aber den fand ich von allen genannten Filmen am lustigsten. Nee, da bin ich glaube ich wirklich mehr Team Sties. Ich finde Sties so schwierig, weil das kann nicht funktionieren, weil es um einen Dialekt geht, den es im Deutschen einfach nicht gibt. Ich bin da so bei Dialekten, es stört mich auch, wenn, keine Ahnung, ich muss zur Zeit jeden Abend die Eiskönigin gucken. Und da ist ja der eine, der spricht halt Österreichisch und der andere Schweizerdeutsch. Und irgendwie verstehe ich, warum er das macht, aber es funktioniert für mich halt nicht richtig, weil es nicht der gleiche Dialekt ist wie im Original. Das kannst du natürlich, du kannst dich nur annähern, weil es halt eine Synchronisation ist, aber, ja, wir müssen ja nicht über die Sties jetzt reden. Ja, genau, die Erwartungshaltung bei Was ist schon normal? Ich dachte, es ist eine deutsche Komödie. Da dachte ich, ja, okay, gucke ich mir mal an. Und als ich dann gesehen habe, okay, es ist eine französische, ist meine Erwartungshaltung nochmal weiter runtergegangen. Das ist mir so ähnlich wie bei Timo. Da ist schon auch Vorurteil dabei, vor allem da wir ja Ohlala hatten. Aber dafür und gemessen daran ist es ein unterhaltsamer Film. Man kann hier durchaus kritisieren, vor allem die, die wie Stu mit dem Thema zu tun haben, aber vielleicht darf man manchmal auch sagen, okay, aber wenn alle sich über alle lustig machen und es respektvoll getan wird, darf man sich dann auch einfach nur unterhalten fühlen oder Unterhaltung bieten? Ja, ich finde ja. Weil er ja auch am Ende, ne, der Film, wir wollen nicht cleverer machen, als er ist. Nein. Aber man kriegt das ja schon hin, dass er sich über, also er ja auch schon, zumindest im Sub-Sub-Sub-Sub-Subtext klar macht, dass eine Figur, die nicht behindert ist, es auch niemals hinbekommt, einen Behinderten nachzumachen. Weil diese Behinderung ist nicht nachäffbar oder nachmachbar, sondern die hat man im schlimmsten Falle oder man hat sie halt nicht und dann kann man sich, das ist jetzt keine Wertung nach dem Motto, wenn man keine hat, ist man ein besserer Mensch, aber man ist glaube ich schon, man fühlt sich zumindest auf der Sonnenseite des Lebens, wenn man gesund und alle Organe am rechten Fleck hat. Was ja auch bei einigen Behinderten halt nicht der Fall ist. Aber es ist ganz wichtig, ich finde trotzdem, dass wer so einen Film macht, der muss auch annehmen, dass das kritisiert wird und sich nicht abtun als, äh, aber wir stehen hier für jemanden ein. Also ich finde, das ist auch bei sowas wie, bei allen Voken-Filmen und ich bin durch, ich möchte das, es ist schade, dass das ein Schimpfwort wird, weil ich würde mich auch als Vogue bezeichnen. Ähm, die tun immer so, wenn sie kritisiert werden, als verstehen sie überhaupt nicht, wo die Kritik herkommt und das finde ich total verwerflich, weil man da so einen Graben gräbt und hier, dieser Film muss es dann umgedreht auch zulassen und die Kritik annehmen, wenn sie denn da kommt, finde ich. Ja, ich, wie gesagt, ich wüsste nicht, also ich bin sehr überrascht über die von mir vorhin schon zitierte Kritik, die jetzt auch nicht von dem, wenn ich mal ein groß berühmtes ist, also dann hätte ich auch einen Namen genannt, aber mich überrascht schon, dass man da so eine Folie auf diesen, auf diesen Film anlegt, weil nochmal, für mich ist das ein reiner Unterhaltungsfilm, der eine, wie ich finde, zu herzgehende Botschaft hat und das macht er natürlich mal die Politik. Ja, man muss trotzdem respektvoll sein und das sehe ich als Außensteher, finde ich, ist das respektvoll, aber wenn du wie jemand, jetzt du oder noch mehr, da mehr Ahnung hast, dann ist es vielleicht wirklich beleidigend, keine Ahnung, ich kann das nicht einschätzen. Also beleidigend ist der Film halt nie. Du hast einfach nur kritisiert, dass er jetzt eher, dass doch sehr euphemistisch den Alltag auf so einer Freizeit quasi schildert. Ja, das ist zu einfach. Und ich kann es ja auch nachvollziehen, weil ganz ehrlich, wenn du es wirklich so zeigen würdest, wie es ist, wären A, wirklich viele Leute geschockt, das kann ich euch sagen, und B, wäre es, glaube ich, für die meisten auch einfach todeslangweilig. Ja, okay. Und Timo, die Kritik, die du zitiert hast, die macht ja wirklich das Fass auch von wegen, okay, hier wird alleine schon von Behinderten und Nichtbehinderten gesprochen. Und das finde ich auch, ja, okay, aber es gibt doch nur mal Unterschiede und können wir die Unterschiede nicht einfach akzeptieren und uns trotzdem alle respektvoll behandeln? Ja, wie gesagt, das gilt nicht für Frauen. Nee, Frauen, also bitte, wenn wir jetzt über den Barbie-Film anfangen zu sprechen, das ist meine neue Bibel. Oh nee, bitte nicht, komm, bitte. Oh nee, ich bin froh, dass wir das hinter uns haben. Ja. Ja, bevor wir ausplättern, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Also meine Liste ist relativ leer. Nee, ich habe auch schon, gefühlt, schon mein Fazit reingeflatscht, also könnt ihr ruhig einfach zum Fazit kommen, wenn ihr wollt. Ja, dann fange ich mal an mit meinem Fazit und ich sage, ich fand den okay, ich fand den nett. Mein Humorzentrum hat er halt immer leicht gekitzelt, aber nie wirklich stark gereizt. Ich finde, er hat eine gute Message, mir verbreitet er sie ein bisschen zu didaktisch, aber insgesamt ist das ein absolut netter Zeitvertreib und ich glaube, das wird jetzt jeder meiner Kollegen auch nochmal sagen, ey, bitte lieber der Film als Ohlala und das wäre mein Fazit. Ja. Wollen wir dich in die Mitte als Sandwich quetschen, Schlogger? Nicht, du kannst gleich, ich habe mein Fazit gerade eben schon gesagt. Das könnt ihr gerne fünf Minuten zurückspulen, da ist es und ich übergebe gerne direkt an Kollege Timo. Du bist vielleicht auch nicht so schlau, eine Veganerin in ein Sandwich mit zwei Würsten zu quetschen. Warum? Ich bin offen für alles, esst doch, was ihr wollt, aber seid offen dafür, dass alle essen, was sie wollen. Geht ja nicht, Bernd Hörger. Aber das habe ich ja gesagt. Ich habe ja nur gesagt, dass es jetzt unklug wäre, dir als Veganerin ein Sandwich mit zwei Würsten anzubieten. Aber ich mag Würste. Aber vegane Würste. Ja, okay, riesenfalls. Ich glaube, Fazit war jetzt angesagt. Ja, ich hatte ganz viele Parallelen zu Champions, fand den Film bisher, den fand ich im Gegensatz zu dir, bist du ein bisschen zu didaktisch, weil es sehr Moralkeule war. Das fand ich hier jetzt nicht so. Ich muss sagen, es läuft alles by the book, es ist alles wie erwartet, aber es ist charmant, es ist witzig, kurzweilig, handwerklich, wie gesagt, einige Finessen drin. Na bitte, liebe Franzosen, geht doch. Ja, das war's. Dankeschön. Willst du nicht doch sagen, Schlöcker, als... Ich? Nee, du hast doch bestimmt jetzt hier voll die smarte Abmoderation vorbereitet. Achso, okay. Aber bitte eine normale Abmoderation, nur normal. Okay, gut. Ja, dann sind wir hiermit durch von der Besprechung von Was ist schon normal? Wir haben uns Mühe gegeben, es so normal zu halten wie eben möglich. Ähm, ich glaube, es ist uns gelückt. Ähm, abschließend sei nochmal erwähnt, fickt ihr AfD, fixt sie ganz, ganz hart. Äh, Bernd Höcke ist scheiße und ich freu mich auf die Kommentare. Wo ihr die ablassen könnt, unter anderem bei unserer ganz normalen Webseite tele-stammtisch.de. Außerdem haben wir einen ganz normalen Discord-Community-Server, tele-stammtisch-slash-discord. Was ist denn heute los? Ähm, da könnt ihr gerne hingucken. Wir wissen, was du meinst. Da geht ihr hin, da könnt ihr mit uns talken, chatten und noch ein anderes englisches Wort für miteinander sprechen. Genau. Communicating. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ja, das wär's soweit von meiner Seite. Das war ein wunderbar normaler Podcast. Ich sage wunderbar normal auf Wiedersehen, fickt die AfD. Dann sagt der Timo normal auf Wiedersehen und die Schlöcker sagt dann auch normal Tschüss und gibt noch wahrscheinlich normal ihren Werbebreak mit. Tschüss. Ja, ich sag im Namen der Rings of Power Gemeinde viereinhalb Stunden Recap oder wie wir das nennen? Normal. Auf Wiedersehen. Schlöcker sagt auch auf Wiedersehen. Guckt doch mal auf schlöcker.de vorbei. Aber folgt vor allem dem Tele-Stammtisch. Überall. Nicht in echt, aber online. Bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.